Ab 1958 begann bei Pafawak in Breslau die Serienfertigung der ersten polnischen Güterzug-Elektro-Lokomotive. Zwei Prototypen sowie die ersten 18 Serienmaschinen wurden ausgiebig getestet, sodass es bei den folgenden zunächst 70 Exemplaren zu konstruktiven Änderungen kam. Bis 1971 wurden insgesamt 658 Loks dieses Typs ausgeliefert. Die ET21 war lange Zeit auf praktisch allen elektrifizierten Strecken in Polen anzutreffen. Mit steigenden Stückzahlen der ET22 wurden die Loks jedoch immer mehr in den Süden des Landes zurückgedrängt. Ursprünglich sollten die ET21 bereits 2002 ausgemustert sein, sie hielten sich aber erheblich länger und stehen bei privaten Verkehrsunternehmen teils noch im Einsatz. PIKO setzt die Reihe prägender polnischer Lokomotiven fort. So ist unter anderem bereits der Nachfolger der ET21, die ET22 erschienen. Der Perfektionismus bei der Umsetzung konnte nochmals gesteigert werden. So sind beispielsweise keinerlei Anschraubungen an den filigranen Pantografen sichtbar. Diverse Leitungen und Aufbauten der Dachausrüstung sind freistehend ausgeführt. Ebenfalls separat angesetzt worden sind die Griffstangen an der PIKO ET21. Geätzte Riffebleche und Scheibenwischer an der Maschinenfront runden das optisch auffällige Modell vollumfänglich ab. Zusätzlich nachrüstbare Teile, wie zum Beispiel Frontschürzen, liegen bei. Auch wenn sie unter den imposanten Drehgestellen der sechsachsigen Lokomotive nur zum Teil zu sehen sind, wurde bei der Umsetzung der Radsätze auf vorbildgerechte Speichenradsätze geachtet. Ein charmantes Detail, welches an die Anfänge der elektrischen Traktion erinnert. Die Stromabnehmer sind in gewohnter PIKO-Qualität filigran ausgeführt und aus Metall. Neben der herausragenden Optik fällt die PIKO ET21 durch bewährte, raffinierte Technik auf. Der fünfpolige Motor gibt sich zugfreudig, wie beim großen Vorbild. Mit den zwei Schwungmassen ist ein ruhiger Lauf gewährleistet. Durch eine Plax-22-Schnittstelle kann die ET21 im Handumdrehen digitalisiert werden. Bei den Sound- und Wechselstromversionen ist ein Dekoder bereits verbaut. Durch die vorbildgerecht unterschiedlichen Seitenfenster kann der nachgebildete Maschinenraum bewundert werden. Auf Knopfdruck kann dieser digital schaltbar beleuchtet werden. Wie bei PIKO Expert Neukonstruktionen üblich, ist auch die Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Perfekt in Szene gesetzt werden kann das Modell mittels der verbauten Triebwerksbeleuchtung. Auch im analogen Betrieb ist der weiß-rote Lichtwechsel mit der Fahrtrichtung wechselnd. Zum Einsatz kommen hierfür moderne, äußerst kompakte LEDs. Gemäß ihres Einsatzzweckes verfügt die PIKO ET21 über ein Rangierlicht. PIKO PIKO wird mit der ET21 ein weiteres Mal den eigenen hohen Ansprüchen gerecht, ohne die Balance zwischen Funktionalität und Detaillierung zu verlieren. Der Einbau eines Lautsprechers ist zusätzlich möglich und bereits auf der Platine vorbereitet. Zusätzlich zur analogen Gleichstromvariante ist eine Soundversion mit bereits werkseitig eingebautem Dekoder erhältlich. Die Wechselstromversion verfügt ebenfalls ab Werk über einen MFX-fähigen Dekoder mit Sound. Das ist eine Art von der Rudeba, bitte für 43002. Mechaniker, in der Reise, ich gebe dir jetzt. TSB dla 43002, tarcza przed semaforem jazdowym była ciemna. Mechaniker, semafor podany, tarcza zgłoszona, do automatyki będą naprawiać. Die ET21 von PIKO fällt nicht nur optisch mit ihrem zeitgenössischen Farbkonzept auf. Jede nähere Betrachtung offenbart weitere Feinheiten und Details. Das Modell weiß als Blickfang für Sammler zu überzeugen. Für Freunde der polnischen Staatsbahnen stellt die ET21 ein fundamentales Stück polnischer Eisenbahngeschichte dar. Nun kann diese unumgängliche Lokomotive den Modellfuhrpark bereichern. Für eine realistische Zugbildung sind bereits diverse Güterwagen der PKP in der PIKO-Expert-Reihe erschienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017